Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategie des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, den 9. Juni um 11 Uhr. Heute sehen wir wieder eine recht freundliche Tendenz. Ich hatte ja gestern darauf hingewiesen, dass wir trotz all unserer Skepsis bezüglich des Sommers auch hin und wieder mit freundlicher Bewegung rechnen müssen, dass wir sogar markttechnisch etwas in der überverkauften Zone sind, dass es wieder etwas nach oben gehen könnte und das hat sich ja auch dann heute bewahrheitet. Nichtsdestoweniger, die allgemeine Tendenz ist weiterhin volatil. Das heißt, dass sie sich nicht von Abstützen und Kursen aus der Ruhe bringen lassen sollen und auch im Gegenzug, wenn die Tage wieder freundlicher werden, dann wieder in neue Euphorie verfallen. Das heißt, wir werden jetzt unterm Strich eine Bewegung seitwärts bekommen über diesen Sommer hinaus. Leider diese Volatilität, die regt auch nicht dazu an, jetzt größere Short-Spekulationen zu machen. Wir haben im internationalen Bereich unsere Position schon sehr stark zurückgeführt, jetzt auch in unserer deutschen Empfehlungsliste. Aber es gibt nach wie vor sehr spannende Märkte, sehr interessante Märkte, beispielsweise Neuseeland. Und da haben wir einen Wert ausgegraben für Sie, beziehungsweise zwei Werte ausgegraben für Sie, die uns sehr interessant erscheinen. Auch in Australien ein Minenwert, der zuletzt wieder Preiserhöhungen durchsetzen konnte, trotz fallender Rohstoffpreise. Und das erscheint uns doch sehr interessant und wir möchten Sie schon mal ein bisschen vorbereiten auf den neuen Börsenbrief, den Mund ein bisschen wässrig machen. Eine Spekulation, die sich auf den ersten Blick aufdrängen würde, möchten wir mit etwas Vorsicht ansehen und das ist der Euro. Heute um 13.45 Uhr wird ja die Europäische Zentralbank das Ergebnis ihrer Beratungen bekannt geben. Es ist natürlich ziemlich sicher, dass keine Zinserhöhung folgen wird, aber wir rechnen damit, dass wieder von Strong Vigilance gesprochen wird, das heißt erhöhte Wachsamkeit. Und das wahrscheinlich für den Juli die nächste Zinserhöhung anstehen wird. Und das wird natürlich den Euro befeuern. Klar, im Euro-Land werden die Zinsen steigen, in den USA nicht. Und das bedeutet natürlich unterm Strich theoretisch einen stärkeren Euro. In den letzten Tagen haben wir ja auch eine etwas stärkere Befestigung zum Dollar gesehen. Aber wir gehen davon aus, dass wir erstmal Gewinnmitnahmen sehen werden aus dieser Bewegung. Und das heißt, wenn heute diese Maßnahme bekannt gegeben wird, bitte nicht im Euro-Land gehen, sondern wenn Sie traden wollen, dann Short. Aber wir gehen auch hier davon aus, dass sich unterm Strich in den nächsten Tagen hier nichts tun wird. Schauen wir auch auf das Öl. Das Treffen der OPEC in Wien ist ja jetzt zu Ende gegangen. Und der Ölminister aus Saudi-Arabien hat gesagt, er hat noch nie so ein schlimmes Treffen gesehen. Warum? Weil die Fronten völlig verhärtet sind, weil es keinerlei Bewegungen bei den Positionen der einzelnen Teilnehmerländer gegeben hat. Im Vorfeld hatte man ja gedacht, dass die Förderquoten um 1,5 Millionen Barrel ausgeweitet wurden. Das galt eigentlich als sicher. Letztendlich hat sich da aber überhaupt nichts bewegt. Und das liegt vor allem daran, dass viele Länder bereits an der Kapazitäts-Obergrenze fördern. Und wenn die Ölausfuhr weiter offiziell ausgeweitet wird, dann verdienen sie natürlich da weniger. Und deswegen gibt es da nur eine sehr, sehr geringe Bereitschaft. Wir gehen aber davon aus, dass Saudi-Arabien jetzt unilateral allein die Fördermenge noch weiter ausweiten wird. Und dass damit das Kartell insgesamt geschwächt wird, die ja ohnehin nur noch für ein Drittel der weltweiten Ölförderung zuständig sind. Und der wesentliche Ölexporteur, das ist ja inzwischen Russland. Schauen wir noch kurz nach Japan. Dort wurde das Brote Inlandsprodukt etwas schwächer als bisher gedacht. Verkündet für das letzte Quartal mit einem Minus von 3,5 Prozent. Der Internationale Währungsfonds hat sich aber für das Welt-BIP heute wieder optimistisch geäußert. Und rechnet nun mit einem Anstieg von 4,4 Prozent. Zu den Unternehmen. Merck hat heute eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Und zwar über Fortschritte bei einem Medikament gegen Hirntumor. Ein Bluthämmer. Ich muss das jetzt ablesen. Zylengitide heißt dieses Präparat. Und das geht nun sehr erfolgreich in die Phase 3. Das heißt, Merck KGA ist im Moment eine Aktie, die man sehr intensiv auf den Radarschirm nehmen müsste. Sie stecken sehr viel Geld in die Forschung. Und wollen sich auch von dem Geschäft mit Plasma etwas unabhängiger machen. Das sieht insgesamt sehr gut aus. Das heißt, Merck ist für den mittel- bis langfristigen Investor durchaus interessant. BMW setzt seine Erfolgsstory beim Mini fort. Man will nun hier noch stärker auf das Gaspedal drücken und in Großbritannien in den Werken 500 Millionen Euro investieren. Das ist eine Menge Geld, die in den Ausbau der Produktion dort gesteckt werden soll. Offenbar hat man hier noch größere Pläne. Mini ist ja eine Erfolgsmarke im Gegensatz zu Smart bei Daimler. Die Jungs in München, die machen das richtig gut. haben sich hier gut positioniert und wir gehen von einem weiteren Erfolg aus. Das heißt, wer eine Perspektive hat über diesen Sommer hinaus mit der volatilen Entwicklung, der kann bei BMW durchaus auch weiter einsteigen. Ich habe gerade gesprochen, dass BMW sich relativ zu Daimler und eigentlich auch zur gesamten Branche positiv entwickelt. Das gleiche gilt im Schifffahrtsektor für Möller und Merckx. Sie wissen ja vielleicht, dass wir hier im Moment eine sehr schwierige Situation haben, vor allem weil in den USA die Wirtschaft nicht mehr so brummt wie noch Anfang des Jahres. Und so sind auch die Frachtraten zurückgegangen. Das gleiche gilt ja im Grunde für Europa außerhalb Deutschlands. Das sind die Frachtraten von 2.164 auf 874 Dollar für die Route von Singapur nach Hamburg gefallen für einen Container. Und das sind die niedrigsten Raten seit Juli 2009. Aber Möller und Merckx schlägt sich hier noch gut. Sie sind eigentlich die einzigen, die hier noch Gewinne machen. Und im Gegensatz zu Hapag-Leute oder anderen Unternehmen, die bei diesen Preisen nicht mehr mitkommen. Möller und Merckx hat sich so weit verschlankt, dass gerade auch bei schwachen Frachtraten das Überleben gesichert ist. Möller und Merckx ist ja auf diesen Routen auch der größte Anbieter. Und wenn es, wie wir erwarten, im Herbst zu einer deutlichen konjunkturellen Erholung, vor allem in Asien, kommen wird, dann ist Möller und Merckx ganz vorne dabei. Und das ist ein Tipp, den man vielleicht jetzt bei diesen schwachen Kursen schon mal aufgreifen sollte. Man braucht allerdings etwas längeren Horizont. Ich sage mal, mindestens bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Aber dann wird sich das sehr, sehr auszahlen. Und Möller und Merckx deswegen eine Langfristempfehlung von dieser Stelle. Wir werden im Frankfurter Börsenbrief das mit dem Timing dann noch mal genauer fassen und versuchen, die Aktie am Tiefpunkt abzufischen, wie sie das von uns gewöhnt sind. Das waren die Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Beinand Klinzing. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.